Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wir Freien Wähler im Landtag kämpften gegen hohe Energiepreise. In den vergangenen vier Wochen haben wir unablässig dafür getrommelt. Das scheint nun auch bei den Berliner Ampelparteien angekommen zu sein. Plötzlich hält der Bundesfinanzminister eine Abschaffung der EEG-Umlage schon in diesem Sommer für denkbar. Fällt die Abgabe, so würde ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden immerhin rund 150 Euro jährlich sparen. Doch reicht das zum Ausgleich für die weiter steigenden Gas-, Kohle- und Ölpreise aus? Industrie, Städte und Gemeindebund glauben das nicht und unterstützen unsere Forderung nach weiteren Entlastungen. Wir wollen besonders für die Geringverdiener, aber auch für die Durchschnittshaushalte das erreichen. Denn wir alle müssen uns eine warme Wohnung leisten können. Das ist Daseinsvorsorge und kein Privileg für Reiche. Genau aus diesem Grund legen wir nach. Schon heute Abend treffe ich mich mit zwei Experten zum Blickpunkt Bayern, dem neuen Online-Format der Freien Wähler-Landtagsfraktion. Unsere Sendung trägt den Titel »Wohlstand bewahren – Bayerns Energieversorgung sichergestellt«. Wie das gelingen kann, diskutiere ich ab 19 Uhr mit Prof. Dr. Sibylle Günther vom Max-Planck-Institut in Garching und dem Präsidenten der IHK für München und Oberbayern, Klaus-Josef Lutz. Welche Maßnahmen muss die Landespolitik ergreifen, um die Energiewende erfolgreich und zugleich bürgernah umzusetzen? Wie kann Fusionstechnologie den Bayerischen Energiemix ergänzen? Und welche Rolle spielt Wasserstoff als Energieträger der Zukunft? Ihr könnt eure ganz persönlichen Fragen stellen. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Dort findet ihr auch den Link zur Live-Sendung bei Facebook und YouTube. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend sehen. Und noch zwei weitere interessante Termine habe ich für euch. Nächsten Mittwoch stellen wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern den Haushalt 2022 und unsere Fraktionsinitiativen vor. Ihr könnt live dabei sein. Außerdem steht die nächste Wahl des Bundespräsidenten an. Wie sich unsere Wahlfrauen und Wahlmänner auf die Bundesversammlung in Berlin vorbereiten, mehr dazu nächste Woche hier im Wochendurchblick. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion 2. 5. 5. 6. 6. 7. 10. 10. 11. Untertitelung des ZDF, 2020